So, wollen wir über Kinderfalle-Transkult reden? Wollen wir ein bisschen... abkulten, ich weiß auch nicht, was... was das wird. Kinderfalle-Transkult, nein zum Selbstbestimmungsgesetz. Erstens, was ich schon zur Überschrift sagen möchte, ist... Trans ist kein Kult. Und ja zum Selbstbestimmungsgesetz. Demo für alle. Demo für alle ist bekannt für ihre transfeindlichen Äußerungen. Also das ist jetzt nichts Neues. Die hatten auch letztes Jahr so ein Video, was halt... komplett Bullshit war, wo sie einfach nur transfeindlich waren. Dann haben sie so einen Bus gemacht, womit sie durch Deutschland gefahren sind, wo halt auch transfeindliche Sachen draufstanden. Also so richtig... Also die sind halt full-ecke-transfeindlich. Nennen sich interessanterweise Demo für alle. Aber für die ist das eher so Demo für alle, die halt nicht weißtes Hetero sind, ne? Also es ist wirklich Demo für sehr... eine sehr eingeschränkte Gruppe. Also, schwierig. Für alle Menschenhasser. Doch, das stimmt. Ja, okay, so könnte man es machen. Demo für alle Menschenhasser könnte es heißen. Vielleicht haben sie auch einfach... Vielleicht war der Name zu lang. Und der hat nicht hingepasst. Weil da eine Schriftbegrenzung war. Und deswegen heißt es nur Demo für alle. Das kann natürlich sein. Dann sag ich nur, halt eure Kinder weg von uns. Wir wollen mit euren Kindern nichts zu tun haben. Also, keine Ahnung. Ich finde jetzt, glaube ich, nicht die Kinder sind das Schlimme, sondern die Eltern. Mit den Eltern will ich nichts zu tun haben. Und Leute, die sagen, es sollte mal TSG-Verfahren durchlaufen und herausfinden, ob sie wirklich cis sind. Finde ich auch. Das ist nur fair. Wollen wir die Beschreibung erstmal lesen? Transinfluencer in sozialen Medien verführen immer mehr Kinder und Jugendliche dazu, sich selbst als Transgender wahrzunehmen. I'm in this picture. Tatsächlich nein, ne? Also, ich verführe auch keine Kinder dazu, trans zu sein. Ich kläre über das Thema Trans auf und rede über verschiedenste Themen. Oh, das möchte ich sehen. Das haben wir schon gesehen, glaube ich. Schade drum. Und ich verführe Menschen dazu. Ich versuche, dass Menschen einfach sein können, wie sie wollen. Das ist ganz egal, ob sie trans sind oder nicht. Aber es gibt halt eben Transmenschen. Und in der Gesellschaft gibt es Diskriminierung. Und es wird viel zu wenig über das Thema aufgeklärt. Also rede ich darüber, dass es sowas gibt. Und natürlich kann das Menschen helfen, die selbst trans sind, zu erfahren, dass sie trans sind. Natürlich kann das helfen. Mir hätte das auch geholfen. Hätte ich früher Aufklärung darüber gehabt. Ist doch logisch. Und nein, es geht nicht darum, Kindern zu sagen, ihr seid trans. Nein, es geht darum zu sagen, ey, wenn ihr trans seid, ist das vollkommen in Ordnung. Und ihr müsst euch dafür nicht schämen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Beeindruckend. Jedes Wort, was die Beschreibung gesagt hat, war falsch. Ja. Schon krass. Und macht gar keinen Sinn. Kulte sind isoliert. Sekte wäre vielleicht passender. Sekten haben in einer etablierten Gesellschaft. Aber selbst das ist eine schlechte Wortwahl, glaube ich. Definitive Sekte eine schlechte Wortwahl. Weil es halt eben keine Sekte ist. Das ist auch nichts, wo wir hinterherlaufen. Oder keine Ahnung. Es geht einfach nur darum. Du kannst ja auch. Also das ist ja, wie als würdest du sagen, welche anderen Menschengruppen wie, wie. Weiß ich nicht. Cis Menschen sind eine Sekte. Homosexuelle Menschen sind eine Sekte. Das ist halt auch alles jetzt keine Sekte. Wir beten nur die Blahai an. Ja gut, aber das ist ja based. Und guten Morgen, Sholonia. Und vielen, vielen Dank für den Zap. Vielen Dank dir. Wurstwassergenießer sind eine Sekte. Das ist vielleicht wirklich. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Das könnte eine Sekte sein. Ja, aber nicht alle. Nicht alle Männer. Soll ja jetzt. Hashtag not all men. Stell dir vor, ist ein Wunderfeind. Jetzt will die Ampelregierung mit dem Selbstbestimmungsgesetz und auch jegliche Hürden für eine Änderung des Geschlechtseintrags einreißen. Das ist ja ganz schlimm. Imagine Menschen ändern ihren Geschlechtseintrag und haben dann einen anderen Geschlechtseintrag. Ich meine, das ist ja wirklich schlimm. Das ist ja Anarchie quasi auch schon. Die Deutsche Beistern-Teutsch. Das sind eine Sekte zum Beispiel, ja. They're threatening us with a good time, ja. Das ist ja wirklich schlimm. Imagine Menschen können selbst darüber entscheiden, welchen Geschlechtseintrag sie haben und womit sie sich wohlfühlen. Das ist ja wirklich heavy. Ich will ja keiner, dass Menschen sich wohlfühlen auch einfach. Und imagine, die machen das dann und das war falsch für die, dann können die auch noch ohne jegliche Hürden das wieder rückgängig machen, wenn sie merken, dass das falsch für sie war. Das ist ja auch richtig schlimm. Wie kommt man denn damit klar? Menschen können einfach ändern, wie sie wollen und womit sie glücklich sind. Das ist ja wirklich schlimm. Menschen können glücklich werden. Ich fühle mich als Mann wohl. Das ist doch schön. Ich fühle mich auch als Frau wohl. Und Punkt. Und jeder soll doch einfach sich wohlfühlen. Darum geht es doch im Endeffekt. Ich verstehe nicht, wie man dagegen sein kann. Oh nein! Menschen wollen sich wohlfühlen mit sich selbst. Da müssen wir eine Regel vorschieben. Das ist auch wirklich schlimm. Dadurch geraten Minderjährige in Gefahr, den Weg der Geschlechtsumwandlung noch weiter zu gehen. Also erstens ist Geschlechtsumwandlung ein falsches Wort. Das heißt Angleichung. Man verwandelt sich nicht oder so. Also ich verwandle auch nicht mein Geschlecht, sondern ich gleiche zum Beispiel den Personenstand und den Namen an mein Geschlecht an, an mich an. Das ist ja vielmehr nicht an mein Geschlecht angleichen, sondern einfach an mich, damit ich glücklich bin. So. Darum geht es ja. Und nein, Minderjährige laufen da nicht in irgendwelche Gefahren oder keine Ahnung, weil diese Operation und so weiter, genau dieses inklusive Pubertätsblock, Hormone und Operation ist halt totaler Quatsch, weil das Selbstbewusstseinsgesetz ist nur für Personenstand und Namensänderung. Also da sind Pubertätsblock, Hormone und Operation überhaupt nicht inbegriffen. Operationen bekommen wir meistens auch übrigens erst ab 18. Also das dauert dann noch eine Weile bis dahin und zusätzlich ist der medizinische Weg komplett getrennt. Also der ändert sich nicht. Kein Stück zum jetzigen. Also zum jetzigen Zeitpunkt ändert er sich kein Stück bis zu nach dem Selbstbewusstseinsgesetz. Das ändert sich einfach nicht. Also du wirst immer noch begutachtet, was sowas angeht. Du wirst, das ist immer in ärztlicher Begleitung. Also es ist nicht so, als würdest du dann einfach Pubertätsblock, Hormone oder Operationen bekommen. So easy ist es nicht tatsächlich. Übrigens ist das auch ziemlich schwer, gerade an Operationen zu bekommen und das von der Kasse bezahlt zu bekommen. Ich zum Beispiel musste meine Operation selbst zahlen nach einem echt langen Kampf mit der Krankenkasse. Also nein, es ist auch nicht easy einfach an sowas ranzukommen. Und das ändert sich auch nicht durch Selbstbestimmungsgesetz. Also hier wird das wieder genutzt, um zu sagen, ja aber Kinder werden dann operiert. Nein, werden sie nicht. Werden sie übrigens jetzt nicht, werden sie danach nicht. Das ist einfach kein Ding, was passiert. Es war eigentlich wichtig, dass es im Ausweis steht, bei mir ist es egal, man ist auch safe abgelaufen schon. Ja, dir ist das egal, weil du nicht aufgrund dessen diskriminiert wirst. Und im Ausweis steht es nicht, das stimmt. Also es steht in der Geburtssekunde und auf dem Reisepass oder so. Und es kann natürlich Menschen egal sein, was da steht, wenn man nicht dafür Diskriminierung erfährt. Und vor Ämtern erfahren trans Menschen zum Beispiel Diskriminierung. Also auf dem deutschen Ausweis steht es nicht mal drauf. Also auch das ist eine Sache, die auch oft verbreitet wird von irgendwelchen transfeindlichen Menschen, dass gesagt wird, ja aber dann steht das auf dem Ausweis und du kommst überall auf Frauentoiletten und so mit dem und das ändert sich nicht. Du kannst jetzt übrigens auch schon auf alle Toiletten gehen, wie du magst. Keiner kann deinen Ausweis darüber überprüfen, weil das steht nicht drauf. Ja. Ich finde es krass, weil ich gar nicht wusste, dass die OP so ein Streitfall sein kann. Ich hatte keine Probleme mit meiner Kasse. Das finde ich furchtbar, dass allein sowas schon eine Diskussionskunde mit der eigenen Krankenkasse sein muss. Es war ewig, ewig ein Kampf mit jeglichen Schreiben von Menschen, die mich halt ärztlich behandelt haben. Und selbst auf Rat von allen denen hat die Krankenkasse das nicht gemacht. Und wir hätten dann irgendwie dann noch mehr Rechtsweg einleiten müssen gegen die Krankenkasse. Und das ist halt ziemlich kacke. Und dafür hatte ich die Kraft zu dem Zeitpunkt nicht, also habe ich sie selbst bezahlt. Das ist halt nicht mal die volle Summe für Unfälle teilweise, was halt total scheiße ist. Und halt für trans, also medizinische Maßnahmen für Transmenschen halt auch nix. Ja, ist Werbung ein No. Wird mir angezeigt. Werbeunterbrechung endet in einer Sekunde. Jetzt sollte sie zurück sein. Also ich sollte zurück sein. Und Werbeunterbrechung sollte vorbei sein. Diskriminierung gibt es überall, das ist auch nicht richtig. Nein, ein Cis-Mensch wird nicht aufgrund des Cis-Seins diskriminiert. Eine weiße Person wird nicht aufgrund des Weißseins diskriminiert. Weißt du, das sind halt Dinge, nein, Diskriminierung gibt es nicht überall und alles, sondern es gibt Merkmale für die Menschen, Diskriminierung erfahren. Sei es aufgrund halt von Hauptformen, von Transsein, von Queersein und so weiter und so fort. Und gegen das sollten wir was tun. Natürlich gibt es auch andere Diskriminierungsformen, aber das ist komplett irrelevant für den Punkt, dass ich sage, man wird dafür diskriminiert. Ich brauche einen Rat, ich wohne in der Nähe von Hamburg, ich möchte ins Fitnessstudio für Frauen, weil in einem normalen gehen mir die männlichen Herrschaften auf den Krieg mit ihren Blicken. Ich identifiziere mich auch als Frau, ich bin auch therapeutisch dabei, jedoch werde ich nicht ins Frauenfitnessstudio angenommen. Hast du einen Tipp? Die meinen, die haben, die befürchten, dass Männer sich sowas ausdenken würden. Das ist halt Diskriminierung. Da wäre vielleicht die Überlegung mit der Antidiskriminierungsstelle bei euch im Ort zu reden. Das wäre so meine erste Anlaufstelle. Also es gibt ja immer eine Antidiskriminierungsstelle, die irgendwie für euch zuständig ist. Und dann entweder das oder zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ist auch ziemlich gut, die haben ja auch schon sehr geholfen. Aber das wären vielleicht so Punkte, mit denen man reden könnte und was, die einen auch beraten können, da viel besser, als ich das kann. Dann sind es so eine Sache, selbst Frauen, die Männer geworden sind, also das sind ja nicht Frauen, die Männer geworden sind, sondern Männer, die Männer sind. Die wurden nur falsch zugewiesen bei der Geburt. Also es ist jetzt nicht so, als würde man sich verwandeln und so. Ich war auch nie ein Mann. Du weißt, was ich meine. Die gehen auch nicht auf Männertoiletten, sondern immer noch in die Frauentoilette. Nein, das ist nicht richtig. Wahrscheinlich, weil man sich dann unwohl fühlen würde. Das ist einfach so nicht korrekt. Also ich kenne einige Transmänner, die auf die Männertoilette gehen. Und ich gehe übrigens auch auf die Frauentoilette. Also übrigens auch schon vor der offiziellen Personenstand- und Namensänderung, also vor dem TSG, bin ich auf die Frauentoilette gegangen und das war absolut kein Problem. Also dieses Frauentoiletten-Thema ist komplett nur vorgeschobene Panikmache, die nichts ändert am Status quo. Also wirklich absolut gar nichts. Letztens in der Debatte mit Elon Musk und dass Cis eine Beleidigung ist, das ist halt totaler Bullshit. Trans ist auch keine Beleidigung. Cis ist einfach das Gegenstück zu Trans. Das ist wie, als würdest du sagen, ja okay, ich finde Weiß ist eine Beleidigung. Nein, das ist nicht. Cis ist keine Beleidigung. Das ist einfach eine Beschreibung für eine Person, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, was bei der Geburt zugewiesen wurde. Das ist einfach Cis. Hat nichts mit Beleidigung zu tun. Ja. Bin generell ready dafür, dass es einfach Toiletten und Toiletten mit Pessoa gibt. Gibt's da, wo wir essen waren nach dem CSD? Gibt's das? Also, es ist auch möglich, das zu tun und das zu machen. Und wie gesagt, da gab's das und das fand ich super cool. Aber ja. Deshalb müssen wir das Selbstbestimmungsgesetz stoppen. Also sie sagen, wir müssen das Selbstbestimmungsgesetz stoppen, weil wir etwas befürchten, was so nicht eintreten wird. Weil es komplett losgelöst ist. Also das ist halt so ein Ding, du machst ein Video darüber, aber hast dich scheinbar null damit auseinandergesetzt, was das Selbstbestimmungsgesetz wirklich ändert. Und sagst, das ist der Grund, warum wir das Selbstbestimmungsgesetz stoppen müssen. Das heißt, die haben eigentlich keine Begründung dafür. Was könnte dann die Begründung dafür sein, dass man das unbedingt möchte? Vielleicht ein bisschen Transfeindlichkeit. Nein, nein, bitte nicht nochmal die... Haben wir nochmal das Video, warum es also kein Rassismus gegen Weiße gibt? Es gibt kein Rassismus gegen Weiße. Ich will das nicht schon wieder ausdiskutieren müssen. Hier. Guck das Video und diskutier nicht mit mir. Das ist gerade nicht das Thema. Wir haben gerade ein anderes Thema. Ich finde es auch übel, dass öffentliche Männer WCs kostenlos sind. Ich finde es gut, wenn öffentliche WCs kostenlos sind, tatsächlich. So. Also, wollen wir das Video gucken? Nichtbinäre Personen haben auch Harndrang, das ist richtig, ja. Also, tatsächlich sind nichtbinäre Personen nicht... Also, doch krass schon, aber jetzt nicht auf so eine... Also, sie sind jetzt irgendwie keine Cyborgs oder sowas und die müssen nicht pinkeln, sondern die müssen auch auf Toilette. am Startseiten-Stream. Das tut mir leid, ja. Wir sind nicht auf der Startseite, aber es ist halt... Was soll ich sagen? Immer kostet das Geld immer 50 Cent, nicht überall. Das ist nicht richtig, aber... Ja, generell finde ich, sowieso sollten Toiletten kostenlos sein. Das ist so weird, dass man für Toilette gehen und bezahlen muss. Ach, du nervst mich. Ähm... Einfach, weil du Scheiße dabei bist. Also. Kinderfalle, Transkult. Nein zum Selbstbestimmungsgesetz von Demo für alle. Oh mein Gott. Da sie noch nicht gesagt haben, bisher ist okay. Und das Video? Auch das Bild, was da vermittelt wird. Dieses, da kommt einfach eine Nachricht, du bist trans. Ich weiß nicht, ob ich es wusste, aber in unserer Gesellschaft ist das tatsächlich mehr nicht so. Also, ich glaube, vor allem so alle, alle Transmenschen können das ziemlich nachvollziehen. Es ist nicht so, dass du da hingehst und sagst, boah, ich weiß nicht, ich fühle mich mit solchen, solchen Dingen nicht wohl und dann kommt jemand direkt und sagt, du bist trans. Das ist tatsächlich nichts, was passiert. Sondern eher wird es dir abgesprochen, falls du in die Richtung denkst. Also es ist nicht so, als würde da jeder sagen, ja, voll, du bist trans und das ist richtig toll, trans zu sein. Weil in unserer Gesellschaft ist das nicht toll, weil du einfach richtig viel Diskriminierung erfährst und das wird dir auch vermittelt. Gerade durch solche Menschen wie zum Beispiel Demo für Alle oder durch Menschen wie J.K. Rowling oder durch Menschen wie Elon Musk und das sind leider sehr, sehr Menschen mit einer großen Follower-Schaft. Das ist nicht so, als wäre das super cool, trans zu sein in der Gesellschaft. Auch die Gewalttaten, speziell an trans Menschen, steigen immer wieder von Jahr zu Jahr. und das ist halt auch eine Sache, das ist nichts, was irgendwie Lust darauf macht, trans zu sein. Also es ist nichts, wo du denkst, so, ja, mega cool. Mir hat keiner gesagt, dass ich trans bin, das muss ich selbst rausfinden, ja. Wenn die Nachricht verpasst wurde, darf ich da nicht mehr trans sein? Das weiß ich, das kann ich dir nicht sagen. Wie sollten es Menschen machen, die nicht binär oder adgener sind? Ich beispielsweise adgen und gehe aus Gewohnheit noch auf, sorry, eine Frauentoilette, aber wenn ich so drüber nachdenke, fände ich es auch nicht schlimm, auf die Männertoilette zu gehen. Und da mich meist als Feminine wahrgenommen werden, denke ich, dass das safe für mich ist, schade drum, sorry für Off-Topic. Nee, ich verstehe das gut. Also auch das, ähm, da geh du hin, wo du dich wohler fühlst. Natürlich wäre cool, wie das solche da oben, die, die, die Regelung, ähm, mit einer Kabine halt, wo man sagt, ja, das ist mit, mit Pissoir und eine Toilette ohne und dann ist es halt nicht mehr gejandert und dann ist es doch gut. Ja, und man wird auch von staatlicher Seite, diskriminiert ist auch ein Punkt, ja. Die Menschen sind auch menschenfertig, die Menschen wollen immer die Menschheit spalten, ja, dafür ist, vor allem, die nennen sich Demo für alle und wollen die Menschheit spalten, das ist halt nicht so ganz, aber ja, das ist das, was halt Rechte machen, ne, die spalten marginalisierte Gruppen ab vom Rest der Gesellschaft. Kann ich bestätigen, allein die Therapeutin meinte bei unserem ersten Termin, dass es, dass sie nichts sieht, dass ich trans bin, dabei habe ich zu dem Zeitpunkt schon gut zwei Jahre visuell als Frau gelebt. Ist das so wild? Voll der Busch, Mann! Die wissen, die schon haben die sich damit beschäftigt, was beim Selbstbestimmungsgesetz passiert, dass der Busch, Mann, das gerade teilweise blockiert, also wenn jemand das nicht einfach so macht, das ist schon vielleicht der, der das gerade torpediert, so, also das ist vielleicht, da hat sich jemand nicht sonderlich mit dem Thema auseinandergesetzt, kann das, und auch mit dem Ausweis, das ist auch immer noch tatsächlich, auch wenn du Personenstand und Namensänderungen jetzt, also mit dem Selbstbestimmungsgesetz machst, was ja kommen soll, weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber könnte. So, selbst dann ist das tatsächlich auch nicht so easy, weil du musst auch alles andere ändern lassen. Es ist super viel Aufwand. Es ist, du musst alle deine Verträge ändern lassen, du musst deine Bankverbindungen ändern lassen, du musst deine Geburtsukunde ändern lassen, du musst Zeugnisse ändern lassen. Es ist nicht so easy, wie das immer gesagt wird, dass es auch gar nicht so super günstig, wie gesagt wird, weil auch sowas kostet immer wieder Bearbeitungsgebühren. Du musst deinen Führerschein ändern lassen, deinen Reisepass ändern lassen, das ist nicht so easy. Und dafür wird Angst gemacht, dass dann ein anderer Name steht. Das ist das Horrorszenario. Das ist es. Nein, auch das ist falsch. Da wird jetzt wieder Angst gemacht, so ja okay, wenn da im Personalausweis das steht, dann nicken das MedizinerInnen halt automatisch ab. Das ist nicht der Fall. Es ist wirklich nicht einfach, an medizinische Maßnahmen hier in Deutschland zu kommen, für Transmenschen. Und auch das wird alles medizinisch geprüft und begleitet. Es ist nicht so, als wäre das einfach. Man kann das übrigens auch ohne den Personalausweis machen. Also das ist auch noch der Punkt, das ist komplett getrennt voneinander. Also ohne den Ausweis kannst du schon medizinische Maßnahmen bekommen und genauso andersrum. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und deswegen, wo ich mir denke, ihr macht Angst vor einer Situation, die so nicht entstehen kann. Da kann ich fragen, wovon Staat, die Seite diskriminiert. Stadtfinder Regenbogen hängt an Regierungsbeuden und die größte sind das LGBTQ zu kritisieren. Das ist nicht richtig. Warum immer also wird vom Staat diskriminiert und welche Rechte haben die eine Transperson nicht, guck auf der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach. Ich kann das nicht immer wieder von Null erklären. Da gibt es die Seite für. Wie heißt der Befehl nochmal? Meine Mods können das besser. Mods macht mal Befehl. Irgendjemand hat es eben auch ausgelöst. Da kannst du dich einlesen, wo überall Diskriminierung herrscht. Danke. Was habe ich denn falsch geschrieben? Achso, ich habe mich eh vergessen. Also, lies dich da bitte ein. Kannst du auch gerne beim LSVD vorbeigucken. Da ist auch nochmal einiges dazu. Und nein, es ist leider nicht die größte Sünde, LGBTQ zu kritisieren. Und mit Kritik meinst du Hass. Weil LGBTQ wird nicht kritisiert, sondern es wird unglaublich viel Hass verbreitet gegenüber queeren Menschen. Weil ich verstehe auch nicht, was willst du kritisieren an homosexuellen Menschen per se? Also Kritik an homosexuell sein, oder was? Kritik an trans sein. Weiß ich nicht, wo da Kritik sein sollte. Lass die Menschen einfach leben. Ich meine Kritik. Ich glaube, das, was du als Kritik siehst, ist aber keine Kritik. Also, kommt sehr darauf an, was du mit Kritik meinst. Und das ist leider nicht die größte Sünde. Die meisten Sachen in die Richtung und Anzeigen werden halt auch nicht ernst genommen. Also, das ist nicht wahr. Für mich ist Namen ändern auch schwer. Aber du lebst jetzt mit dem Namen und dem Geschlechtseintrag, mit dem du dich identifizierst. Und das ist der Unterschied. Cis-Menschen dürfen so leben. Cis-Menschen leben und dürfen leben in dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Trans-Menschen können das nicht. Das ist der Unterschied. Und ich fände es übrigens auch kein Problem, wenn Cis-Menschen ihren Namen einfach ändern könnten. Aber es ist halt eben eine Ungleichbehandlung von Menschen, in dem die einen Menschen so leben dürfen, wie sie sich fühlen, wie sie sind und die anderen nicht. Das ist der Unterschied. Da steht aber noch mal einiges dazu, wo auch an anderen Stellen diskriminiert werden. Abstammungsrecht werden mit Trans-Menschen diskriminiert, zum Beispiel. Auch eine Sache, kannst du dich gerne einlesen. Da ist alles. Ich gebe deine Homosexualität wie von fünf Sternen. Ich weiß auch nicht. Warum muss ich anerkennen, was es hier mit dem Fuchs identifiziert ist? Es geht hier um Trans. Es hat nichts mit Trans zu tun. Es ist immer dasselbe gekommen. Das ist komplett anderes Thema. Sansan kriegt von mir fünf von zehn. Das war ein guter Plot, aber sehr langartig. Ja, verstehe ich. Das ist ja so ein Bullshit, als würde das direkt passieren. Man bekommt nicht so einfach Pubertätsblocker. Übrigens wird da bei aus medizinischer Seite auch echt lange mit gewartet mit Pubertätsblockern. So lang, bis man sich sicher ist, dass die Person noch ein bisschen Zeit braucht, erst mal um nachzudenken. Dafür sind ja Pubertätsblocker da. Und so lange, bis die Pubertät wirklich einsetzt. Also es wird wirklich gewartet bis zu dem Zeitpunkt, da werden regelmäßig medizinische Überprüfungen gemacht. Also dass es so einfach passiert, ist einfach nicht der Fall. Zusätzlich, Pubertätsblocker werden übrigens hauptsächlich bei Cis-Menschen eingesetzt. Dafür sind sie übrigens auch gemacht. Darüber beschwert sich dann keiner. Warum werden sie bei Cis-Menschen eingesetzt? Das ist gerade bei Kindern, die halt zu früh in die Pubertät kommen würden. Da werden die Pubertätsblocker eingesetzt. Das ist der eigentliche Grund, warum es diese eigentlich gibt. Weil für Trans-Menschen wird sowas leider nicht einfach hergestellt. Dafür sind wir zu wenig. Da wird sich nicht drüber beschwert. Pubertätsblocker werden also nicht nur bei Trans-Menschen eingesetzt und sind auch nicht so easy und leicht zu bekommen, wie das hier dargestellt wird. Und davon werden übrigens auch deine Haare nicht kürzer. Ich weiß nicht, was da der Punkt ist. Und auch das ist nicht eine Sache, die einfach so schnell passiert. Auch hier nach den Pubertätsblockern ist es nicht automatisch so, dass dir auf einmal Tabletten gegeben werden für Testosteron oder Spritzen oder irgendwas. Auch das dauert eine Zeit lang. und da geht es halt wirklich dafür auch die Pubertätsblocker, dass die Person sich wirklich sicher ist. Dafür sind die Pubertätsblocker da, damit man das halt ein bisschen nach hinten rausschiebt. Damit das Kind oder die jugendliche Person in dem Fall halt einfach noch ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken und man das halt natürlich auch verfolgen kann aus medizinischer Sicht. Und das ist jetzt keine Sache, die auf einmal passiert. Für die schnelle Geschlechtsumwandlung, als ob das auch so schnell passiert. Kinderfalle Transkultenheit zum Selbstbestimmungsgesetz. Also ganz viele falsche Informationen und also entweder haben die Menschen sich null über die Sachen informiert, die da passieren oder das ist irgendwie der wahrscheinlichere Fall, weil die schon seit einem Jahr Videos gegen Transmenschen machen. Wahrscheinlich schon länger, aber seit einem Jahr kenne ich sie. Die sind transfeindlich einfach. Das wäre dann so jetzt die zweite Idee, die ich hätte. Und ich glaube, es ist eher das. Die sind einfach transfeindlich und denen sind die Fakten und die Faktenlage ziemlich egal, wie es eigentlich läuft. Die wollen einfach keine Transmenschen haben. Ach ja, Transgender-Hype, Angriff und Abwehr, die haben wir uns auch schon mal angeguckt. Ja, war ein scheiß Video, ne? Würde gerne nicht nochmal. Danke. Es war halt, es war einfach nur voller falschen Informationen und falscher Darstellung. Der ganze Text unten und das ganze Video einfach nur Quatsch. Einfach nur Quatsch. Brauchen wir uns glaube ich auch nicht mehr. Also, keine Ahnung. Die sind ziemlich verloren. .